Ich denke, wir bekommen das Geschenk, das wir verdient haben. Ob es Ungerechtigkeit oder nicht, jeder denkt anders, jeder handelt anders. Ich sage, es gibt eine Gerechtigkeit, irgendwann einmal. Wie das, was mir jemandem z.B. antut, kommt es einfach auf einem Retour. Und das nenne ich Gerechtigkeit, weil es hat eine höhere Macht, die es macht.